Ja, wie kriegst du dir auch so in deinen Arsch? Jeder weiß, worauf du stehst privat. Jeder weiß es. Wanda, direkt entfolgen. Ich schwör bei Gott, Moabdala, du wirst sehen. Scheiß, Momo, scheiß auch Momo. Egal, du siehst das oben, Fett. Du siehst das oben. Ey, Mo. Keine Blanke. Mo, Wannabe, Schwuchtel, du Profiboxer. Möchtige Profiboxer. Du möchtige Profiboxer. Hat Smollik deinen Arsch genommen. Smollik hat deinen Arsch genommen. Moabdala hat den Club Flaschen in den Arsch bekommen, auf kurz. Den Club Flaschen auf den Arsch bekommen, auf kurz. Ich werde dir alles rausholen. Warte mal. Ich werde alles rausholen, Moabdala. Ich habe Auge. Ob du den Club für Flaschen in den Arsch bekommen hast und das Tod, wo du genommen hast. Werdest du alles rausholen und ich werde dich nie können. Für deine große Fresse, die du hast. Jella, Leihau. Fett, Bruder. Den Tag, den nimmst du dich ernst, den Engel. Aber Fett, Bruder, wenn du dich weiter drauf einlässt, Bruder, ich bin enttäuscht. Der hat mir sein Gesicht gezeigt. Er steht auf dieser Reichweite. Bei anderen hole ich mich die Videos bekommen. Wo er Nase zieht und Flaschen in den Arsch bekommt. Ich bin der größte Hurensohn. Du bist den Moabdala. Du kleine Fotze. Du kleine Fotze. Mo, Bruder, du hast den Junge echt gerade. Du hast den echt... Bruder, selber schuld. Bruder, aber es gibt doch Grenzen. Du siehst doch, dass ihr das so verletzt. Bruder, selber schuld. Alle, die stehen bis zum Tod hinter Moabdala. Sehr gut. Ein Mann. Ein Mann mit Wort. Alle, hörst du bei mir mit Timo. Ganz ehrlich, Bruder. Wer sich leint. Er ist ein Haarsohn. Guck mal, der nimmt den Kauf, dass er ein Haarsohn ist. Ich schwöre auf meine Mutter und auf alles, was mir im Leben heilig ist. Ich habe mich noch nie auf eine Flasche gesetzt oder mir irgendwas reinschieben lassen oder sonst was. Der hat gerade einfach bestätigt, dass er ein kleines Kind ist. Der Typ ist 1,30 groß. Kommt nicht darauf an im Leben. Aber ganz ehrlich, ich habe den doch nicht gezwungen, sich auf eine Flasche zu setzen. Aber mein Bruder, du bist doch reifer, Bruder. Lass mich doch mal kurz aussprechen, Bruder. Oder erstens, ich habe mit dem Thema nicht angefangen. Du hast zu Hamid gesagt, lass mir die Kirche im Dorf. Du meinst, Hamid, wenn du schon dabei bist, Gutes zu tun, dann bau für Momo ein Brunnen. So hat das gerade gesagt. Ja, habe ich gesagt. Und das sage ich auch jedem.